Musik Bei unserer Kichererbsen Challenge versucht ihr so viele Kichererbsen oder andere getrocknete Hülsenfrüchte oder Bohnen mit einem Strohhalm von einer Schale zu einer anderen zu transportieren. Macht dies ruhig über den ganzen Tag verteilt. Pro transportierter Kichererbse bekommt ihr einen Punkt. Tragt die Anzahl eurer Punkte in die Ergebnisliste ein. Diese findet ihr in der Beschreibung unterhalb dieses YouTube-Videos oder auf diesem Link auf der Website des TV Altdorf. Viel Spaß bei der Challenge! Vorsicht! Achtet darauf, dass die Kichererbsen oder die anderen Materialien, die ihr transportieren wollt, groß genug sind und nicht durch die Öffnung eures Strohhalmes passen. Jetzt zeige ich euch noch, was ihr alles braucht. Und schon kann es losgehen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Tageschallenge hat euch gut gefallen heute. Morgen gibt es wieder eine neue. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und viel Spaß weiterhin. Bis zum nächsten Mal.